Schalom, Wesen des Bösen. In der letzten Folge habe wir ein Berliner Öko-Fritzen-Rollplay vollführt, uns als Domina versucht, bin ladensbehinderten Bruder gejagt, Pferdebetäubungsmittel konsumiert und aus langer Weile ein Flugzeug à la 9-11 geklaut. Um erstmal richtig wach zu werden, fangen wir an Rednecks zu jagen, weil sie Trevor töten wollen und das nur, weil er deren ganzen Familie abgeknallt und vermutlich auch Post-Mortem vergewaltigte. Andere nicht vergeben zu können, zweckt von eigener Unsicherheit und von Schwäche. Weil den Inzests fehlgeboten diverse Hirnzellen sowie Manieren fehlen, sind sie noch der Meinung abzuhauen, aber zum Glück wissen wir, wie wir mit einhodrigen Hatern umgehen müssen. Da wir aufgewärmt sind, können wir uns auch den sozialen Dingen widmen. Eine Bank ausrauben. Während wir uns vorbereiten, streiten sich Trevor und Michael, weil Trevor wohl ein Guildhunter ist und die 60-jährige Frau vom Kartellchef oral befriedigen möchte, trotz intensiven Ginger behaupten Intimbereich. Nachdem wir Trevors Fetisch ausgetrieben haben, fahren wir mit den Boys Richtung Bank. Da wir eine neue Crew haben, müssen wir auch hier das Band stärken, indem wir von unseren peinlichsten Sexmomenten erzählen. Versehentlich beim Vorspiel kräftig einziehen zu lassen und sich damit die Tour zu vermasseln, zeig von Selbstbewusstsein. Zumindest red ich mir das bis heute noch ein. Nachdem wir die Bank ausgeraubt haben, verkleiden wir uns aus Fetischgründen als graues Michelinmännchen, was unsere Bewegung etwas einschränkt. Ich kenne sogar einen, der war so fett, dass er sich nicht mal die Schnürsenkel binden konnte und daher auf Klettverschlussschuhe umstieg. Außerdem musste er sich von vorn herum den Arsch abwischen, wie eine Frau. Ein anderer wiederum war so fett, dass er beim Doggystyle seine Wampe auf seine Freundin ablegen konnte. In dem Moment war es sogar ganz praktisch, eine Freundin zu haben. Doch zurück zum Thema. Ich habe mich nur gefragt, wo Schlingel Trevor die Minigun die ganze Zeit versteckt hat. Da es offensichtlich normal ist, bei Bankrauben in Amerika Panzer zu schicken, versuchen wir zu flüchten und auf dem Weg so viel Kollateralschäden wie nur möglich zu verursachen. Als wären wir Landstreicher, flüchten wir auf einem Zug, wo sich Trevor wieder umgezogen hat. Wie modebewusste Hipster nun mal sind, lehnen sie zivilisierte Arbeitskleidung ab und tragen daher immer Backup-Klamotten in ihrem Anus mit, was ihren komischen Körpergeruch erklären würde. Weil die Regierung überall ist und nur dafür da ist, um uns kleinen, hart arbeitenden Leute anzupimmeln, klaut uns der Lustknabe das Geld, was wir geklaut haben und lässt uns nur Peanuts übrig. Aber was ist schon Geld? Unser Vermieter nimmt bestimmt auch andere Währungen als Zahlungsmittel an. Während Michael mit Hand in der Hose am chillen ist, kommt Ron in unseren Wellblechwohnwagen und will so ein unangenehmes, deepes Gespräch wie oft so führen. Weil das nüchtern so viel Spaß macht wie alte Menschen zu baden, sagen wir ihm schnell, dass er seine Mutter lecken und uns nicht mehr nerven soll. Ganz höflich natürlich. Jedenfalls kommt Guildboy T wieder vom roten Teppich pflügend zurück und erzählt uns was von dem monatlichen Zug, den er gerne ausraubt. Andere haben ihre Periode und Trevor raubt ihm gerne Züge aus. Ich mag Züge! Das wichtigste dabei ist offensichtlich ein Schutzhelm zu tragen, der die Jungfräulichkeit verteidigt. Um diese Mission so realistisch wie nur möglich zu gestalten, halten wir es als selbstverständlich an, nicht am Bahnhof zu halten. Während Trevor Real Life Zug Simulator spielt, hat sich Michael in ein Vakuumbett gezwängt, da sich so ein Neoprenanzug anfühlt, als wäre man wieder in einer Vagina. Man muss eben immer auf jede Situation gefasst sein. Während Michael auf Schatzsuche geht in einem Güterwaggon hat Trevor Spaß, indem er einen Haufen Soldaten abknallt. Michael hat einen goldenen Analplug mitgenommen als Geschenk für den Kartellchef, um wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Trevor ist eifersüchtig und möchte den goldenen Analplug selber behalten und wehrt sich gegen die Entscheidung Frieden zu schließen. Weil jeder käuflich ist, bietet Michael ihn daraufhin an, eine Großbank auszurauben als Ausgleich. Als speedsüchtiger Psychopath mit diversen verstörenden Fetischen ist es genau das, was ihm zusagt. Weil wir besorgte Bürger sind, machen wir weiter mit Regierungsspielen, indem wir uns an einer Hippie-Bucht mit den FIB-Menschen treffen. Die holen rum, dass wir nur zu dritt sind, obwohl es eigentlich sechs sein sollten, was uns nicht gesagt wurde. Typischer Politiker-Move eben. Daraufhin zwingen wir sie, mit uns mitzukommen. Einem Regierungsmenschen sagen, dass er mit gutem Beispiel vorangehen soll. Das wäre doch mal was Neues. Wenn die sechsstelliges Gehaltsschirm von Steuergeldern finanziert wird, können sie auch mal was tun für ihre Lobbyarbeit gegen das Volk. Eine andere Regierungsorganisation stellt Nervengift her, um es an Terroristen zu verkaufen, damit sie dann mehr Steuergelder verpulvern können, um diese dann natürlich zu bekämpfen. Das ist keine Verschwörungstheorie, weil es von der Regierung kommt und die lügt natürlich niemals aus Profitgier. Wir ziehen daher wieder einen Bondage-Gimp-Anzug an, schleichen uns unter Wasser in das Labor, hauen Unschuldige im Namen der Regierung um und klauen das Nervengift. Weil man Terror mit Terror bekämpft, müssen wir wieder Soldaten abknallen. Kein Wunder also, dass Steuerunterziehungen so hart bestraft werden. Ohne das Geld hätten wir jetzt nicht so einen Spaß, dieses dann für wichtige Zwecke zu verschwenden, ich meine zu investieren in die nationale Sicherheit. Karottenkopf Stief spielt Haftbefehl, da er sich selbst anschießt und somit als Doppelagent durchgeht, um nicht festgenommen zu werden. Damit hält er noch ganz heroisch die Feinde Schrägschicht-Kollegen auf. Vier hingegen hauen ab mit dem Nervengift. Währenddessen schickt uns Lester ein paar Nudes und schreibt, dass er dem bekloppten Mexikane den goldenen Analplug geschickt hat und Trevor nur noch den alten Bumsklumpen zurückgeben muss. Schnell entpuppt sich Trevor als kleines Mädchen und bringt die Frau ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück und droht dem Kartellchef den Mike Tyson zu machen am anderen Ohr. Wir fahren nach Hause zu Cousin Floyd, damit wir ihn nötigen können uns dann zu entspannen. Da Trevor romantisch drauf ist, wird der Fuchs Teufelswild bei der nervigen weiblichen Stimme aus der Bude und übernimmt die Hütte wieder wie diese Hausbesetzer Zigeuner in Spanien. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur um Gruppensext, Trevors Penis und Heirat bis zu dem Zeitpunkt, wo die Alte komplett vulgär wird und anfängt zu fluchen. Als wäre das nicht genug, fängt sie an noch etwas über einen Bob zu erzählen. Trevor wird daraufhin wütend, weil sie ihn auch noch komisch nennt. Da das extrem unhöflich ist, reagiert Trevor sehr deeskalierend auf diese Situation. Ein wahrer Stratege eben. Da wir jetzt aussehen wie ein gebrauchtes Tampon, schnappen wir uns Wade und beschlagnahmen auf legale Weise einen Stripclub. Daraufhin verabreden wir uns mit der Squad in unseren neuen, seriösen Hauptquartier und reden von einem großen Ding. Wer hätte gedacht, dass damit das Auskundschaften der Bank gemeint ist, die wir ausrauben wollen. Wir holen uns ein paar Infos ran, damit wir später planen können, wie wir die ausrauben. Nach getaner Arbeit gehen wir mit Michael nach Hause, um unsere Poste dazu erforschen. Leider werden wir von Trevor bei unserem Schulprojekt gestört. Zwar kriegen wir erstmal mental eingeblasen, aber Trevor benimmt sich wie Sandra, weil Michael nicht in seinem Browback Mountain ähnlichen Leben mitmachen möchte, da er eine Familie hat und Trevor niemanden. Irgendwann fängt Captain Knight an nachzudenken und fragt sich, wer statt Michael damals begraben wurde, woraufhin er spontan dahin fliegt, um das herauszufinden. Michael ist ebenfalls den ganzen Weg dahin geflogen, nur um ihnen zu sagen, dass er seine Zeit verschwendet. Eigentlich wiederum auch nicht, weil Trevor jetzt weiß, dass Brad im Grab ist und Michael damals gesnitcht hat. Kurz bevor die beiden sich lieben können wie Crack-Süchtige, stören ein paar Chinesen das Vorspiel und wollen uns abknallen. Trevor haut ab und statt ihm hinterherzuremmen, bleiben wir da und schießt mal einen Haufen Chinesen weg, um denen zu zeigen, wie sich die Uiguren in China fühlen. Ich weiß zwar nicht, wo die alle herkommen, aber vermutlich ist hier in der Nähe ein All-You-Can-Eat-China-Restaurant. Während Michaels hohe Wahrscheinlichkeit gebuttrapt wird, fliegt Trevor Richtung Heimat und kriegt einen Anruf vom Chinesen Boss, der uns klar macht, dass er Michael hat, weil er denkt, er ist unser Lover. Da wir nicht mit Terroristen fahren, dann sagen wir ihm, dass wir nicht nachgeben werden und er uns kreuzweise kann. Um uns wie Sandra 2016 abzulenken, finalisieren wir die Mission, wo wir das letzte Auto klauen und aufladen, damit wir Trucker Simulator spielen können. Da wir buchstäblich ans andere Ende der Map fahren müssen, offenbart Trevor Lamar, dass er sich wie eine Second Hand Matratze fühlt und dass Michael vermutlich tot ist. Statt ein Verbrechen im Vorfeld zu verhindern, ist die Polizei der Meinung, so lange zu warten, bis der Laster kurz vor dem Ziel ist. Franklin hat daraufhin Bock 007 Ghetto Edition zu spielen und steigt während der Fahrt in den DB5er Schnitt, der mit Waffen ausgerüstet ist und nudelt die Polizeifahrzeuge weg. Nachdem die Cops nicht mehr nerven, treffen wir uns mit der Anwältin im 70er Jahre Männeranzug, die uns gesteht, dass sie nicht bezahlt werden. Angeblich wird das Geld in Fonds investiert, damit es keine Aufmerksamkeit erregt. Bei uns Radhunter angekommen besucht uns Trevor und packt sich hin. Weil wir ihn zu Recht auslachen, wird er pissig, nimmt das zu ernst und ist offensichtlich auf Speed in Zug. Als Franklin ihn ausfragt wegen Michael, weigert er sich um zu helfen und macht einen Abgang in Style. Wir rufen Laster an, weil wir aus der letzten Folge gelernt haben, dass alle in Los Santos einen Mikrochip im Anus haben. Weil die Map ja ein Los Angeles Verschnitt ist und sich dort ja jeder zweite die Pupe bleatschen lässt, ist diese Analogie gerechtfertigt. Michael wird festgehalten in einer Schlachtfabrik, was ein echtes Klischee ist. Ich mein, wo sind wir hier, die Sopranos? Jedenfalls liefern wir Michael zu Hause ab, briefen ihn kurz und er erzählt uns seine Version der Geschichte. Es fällt mir schwer ihm zuzuhören, da er aussieht wie eine Freundin, nachdem man nach einer Nacht mit 5 Promille aufwacht. Da Sperma alkalisch ist und dank Gewebshormon und Fructose gut für die Haut ist, schmiert sich das Michael ins Gesicht auf ne Homo-Basis und seine Wunden sind auf wundersame Weise verschwunden. Zwar können wir unsere Pussy nicht resetten, aber dafür können wir dank neuem Look sagen, no year no me. Wir fahren zu Laster um zu flexen und unsere korrupten Regierungsmitstreiter gegen das eigene Regime sind auch am Stizzel. Wir sollen in ein Regierungsgebäude einbrechen und Akten klauen, weil er uns sonst verpetzen würde. Um da reinzukommen, haben wir die Wahl, wie wir reingehen. Ich entscheide mich dafür, einen Hausmeister zu spielen. Das hat nichts damit zu tun, dass mir im Kindergarten das bereits eingetrichtert wurde und ich seitdem den Kindheitswunsch hege, einer zu sein mit Schnauzer, Wukuhila und Opel Astra vor der Tür. In GTA sieht alles so einfach aus. Wir gehen einfach in eine fremde Hütte rein, sagen ihm, wir sind jetzt er und Erno, ja ok cool tschüss. Weil ich überhaupt nicht rachsüchtig bin, hab ich mir auch nicht vorgestellt, dass das Auto Sander gehört, dessen Mutter ich Speichler fleißete. Franklin holt daraufhin die Blaupausen vom Gebäude und wir sind theoretisch startklar. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aus dem Grund ist jetzt eure Gunsterstunde gekommen, um das ganze via Daumen, Kommentier und Abonnierfunktion zu supporten für mehrkünftigen Trash Talk auf Lachkick Basis. Solltet ihr dem nicht Folge leisten, werdet ihr womöglich unter Erektiler Dysfunktion leiden beim Schauen von Liebesfilmen ab 18.